Hier ist euer wieder Ibrahim Soft und heute spielen wir wieder eine Runde Brawl Stars mit meinem kleinen Bruder. Hier ist er. Wir spielen heute ein paar Runden und ja, am Freitag, also morgen, werden wir vielleicht schauen, da laden wir vielleicht eine FIFA-Runde oder so etwas hoch. Ich bin raus im Brawl Ball. Bist du bereit, jeder? Ja. Das bin ich nicht. Okay. Wart es, wart es. Warte, warte. Scheiße, warte. Schwieg. Geh weg, geh weg. Wir kommen heute erst um halb fünf hoch, nein, wir werden um halb sechs trainingen. Ja, Fußballtraining, das kommt ja, wir halten schon. Aber morgen schauen wir vielleicht noch mal im Frühjahr ein Video. Scheiße, 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 scheiße. Hey, Murphy. Nicht so auf dem Weg. Wo ist es denn? Warte. Warte, lass uns raus. Wolle die Balle. Nimm superkraft und schieß. Ja, 1-1. Ja, ja, man. Ich hör mir den. Etter, etter, hilse mir, hilse mir. Ja, 2-1, gewonnen. Ja, okay, ich meine, die Leute. Okay. Ich nehm' einen anderen Blau-Landie. Und? Ich hab' noch keine Träume. Du bist weitergekommen. Ja, stimmt. Leider kann man nix. Natürlich Schelle. Leute, schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt, ob es FIFA sein soll oder irgendein Spiel. Aber über das Wochenende, Samstag und Sonntag, also Sonntag könnte ein Video kommen, aber vielleicht zwei. Schauen wir doch. Aber Samstag nicht, weil ich bin da nicht zuhause. Ich bin in Slowenien. Aber dafür hab' ich auch keine Zeit. Aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Dass ich nicht filmen kann. Also, wer kein Video online kommt. Bei neun Abonnenten. Acht, neun Abonnenten. Ist eh nicht so hoch, aber trotzdem. Ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Schreibt mir in die Kommentare, was für Tipps ihr habt. Ich hoffe, was besser sein könnte. Ich hoffe, was besser sein könnte. Und was soll ich dann zu bessere machen. Ich bin super. Was hab ich drauf? Für euch, wenn ihr nicht zu viel. Und ja. Dann kannst du mir vielleicht irgendetwas spielen, was ihr wollt. Und du möchtest? Oder ein Rund. Und du möchtest. Das hat mich halt zusammen. Irgendetwas gemacht. Und du möchtest? Pass. Hier. Mach doch, mach doch. Ja. Eins, Null. Oh mein Gott. Smack Attack! Hold ihn. Nein! Schöze, schöze! Nein! 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 1-2-0. Egal! Gleich den Tuch! Komm nicht drauf! Wenn du Superkraft hast, schieß dir auf das freie Tor! Nein, ich hab aber nicht drauf! Mach doch, mach doch, mach doch! Was für ein Bot! Nein, ich bin fast ein Tor gemacht. Sorry, wegen der kleinen Unterbrechung, das ist meine Mutter. Aber egal. Junge, diese Lara oder Bara, die ist so scheiße. Die steht so vorm Tor. Was macht sie? Daneben. Junge. Muss sie hinausgehen. Was ist denn los, Kindi? Diese Bara, wie ist das, ja? Komm, komm, mach schnell ein Tor. Mach ein Tor, mach ein Tor. Ja! Es ist wohnen. Ist so. Okay. Was ist denn los? Okay. Nichts, okay. Komm, spiel mal du, oder willst du weitermachen? Keine Ahnung. Ja, komm, musst du spielen. Ich glaube, Baby ist nice. Du? Nimmst du... Ah, du nimmst dich. Okay. Komm. Noch zwei Runden und dann hör mal auf, okay? Weil so viel Zeit haben wir Leute jetzt auch nicht. Vielleicht mach ich noch ein Video. Später um so sieben Uhr. Kommt vielleicht eins on. Schauen wir mal wieder mal. Nein, live nicht. Wir wollen uns... Wie ist das anderes anderes? Wie ist das anderes? Lass mich zeigen. Das ist nicht schön. Das hier da ist... Ah, das ist der eine aus der Straße. Komm, lass den mobben, weil der YouTube hat mich befasst. Aber ich hätte noch eine Frage an euch. Feiert der eigentlich Paluten? Oder German Let's Play? Feiert die mega. Die sind halt für mich wirklich nice. Mit Minecraft Flow. Also ich gucke das jeden Tag, wenn ich halt Zeit habe. Samstag werde ich es wahrscheinlich nicht gucken können. Aber das ist auch jetzt nicht so wichtig. Ja, Tiki ist so schlecht in dich. Boah, was für ein behinderteter Tare ist das. Pass, pass, pass her, pass her, pass her. Was machst du? Genau, Digga. Genau. Da ist so cool. Ehe ist da. Der Tiki ist ja noch mehr. Rubble in Trouble. Komm her, komm her. Pass her, pass her, pass her. Pass her, pass her. Junge. Pass doch. Hier, hier. Auf die Seite, auf die Seite. Und jetzt will ich mich doch haschen. Wo bist du? Ja, lauf, lauf. Die ist hier. Nein. Das kommt so. Nein, aber falsch. Nein, nein. Nein, 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 ja. Genau, Digga. Eine Atombombe tötet mich. Genau, Digga. Scheiße. Wir liegen eins. Wir sind gefahren, Digga. Wir kassieren, Digga. Ja, easy clap. Und dann. Wieder einfach dort zu stehen. Genau, Digga. Ich hoffe, er feiert Leon. Mein kleiner Bruder hat ihn einfach. Er hat hier, ich zeige euch in meinem Profil. Er hat 20 Brawler. Er hat 4.556 Pokale. Er hat 31 Solo-Siege, 220 Duo-Siege und 3 vs. 3 Siege hat er 430. Also, das ist mega geil. Er hat hier auch Leon auf Rang 21, Shelly auf Rang 21, Bull auf Rang 21, El Primo auf Rang 20 und so weiter und so fort. Er hat zu nice Brawler. Und hier ist nochmal mein Account, hier mit Shelly auch auf Rang 21, einer meiner Lieblings-Strawler. Und ja, ein bisschen irgendeine eigene Offline. Ne, keine Ahnung, war das so gekickt oder was? Okay, ich bin bereit, komm. Lass uns nachher noch eine Runde zerlegen und dann, ja, online laden und dann, dass ihr mal sieht, was wir sonst. Ja, zwei Runden. Ja, okay, zwei Runden. Aber wir müssen jetzt gut spielen. Ja, okay. Ja, okay. Wo, 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 ist wohl? Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ist er auch nicht? Hallo? Ach, du heiliger Pinbomb! Schau mal für mein übertriebenes Deutsch. Ich bin wieder inspectet. Ich bin voll. Ich geb' ты, ich bin außerdem eine logistische question. Ich bin voll. Oh, ich bin voll. Ich bin voll. Was? Was? Verkirt mich einfach. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Was ist das? mich einfach was das ja und leute ich würde mich auch noch wegen dem letzten wieder entschuldigen dass die ganze zeit so geknizt hat oder wie man das auch immer nennt ich bin wirklich ich weiß nicht was mit meinen händen los ist aber ich hoffe es verbessert sich in den nächsten tagen das ist mega nice wir haben oder zick zack nein 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 du willst mich doch egal ich würde sagen das war es von diesem video und leute das was vom video viel glück und ein schöner tag wünsche euch noch und das war euren e3 softet bis bald